Es ist mit So, 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 so Geslaynt! Endlich mal ein Kill hier Ähm, zwar kein guter Weil ich schon wieder die falsche Karte Unglaublich, ey Meine Kartenzielleistung ist echt Unter aller Sau Ja, da ist ein Ward, ne? Und hier ist ein Ward, seht ihr die ganzen Wards? Ähm, kein Arsch Warded, kein Arsch Und ich wundere mich, warum ich hier ständig Ich, 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 ich Ich brauche mich darüber gar nicht mehr aufregen Das ist ein normal Game Ja, komm hier, Supporter Du kommst wahrscheinlich Ach, du hast drei Wards Und warum steht da keiner? Warum steht da keiner? Warum steht da keiner? Warum? Gut, hier oben kann ich noch verstehen Da ist man nicht immer Drei Tode Schon wieder ein Drittel des Teams hier stormen Ich weiß nicht, warum immer ich den Let's Play aufnehme Dann spiele ich den letzten Schmut zusammen Aber mein Team gibt dann auch immer alles, um mich scheiße aussehen zu lassen Als ob die das planen So, oh, das ist der Kid, den kennen wir So bekannt bin ich auch nicht, dass die wissen, dass ich das aufnehme Mann Kann doch nicht angehen hier 53 Creepkills Immerhin sind die Gegner genauso scheiße, was Last jetzt angeht Ich komm nicht und def dann Nein, du kannst mich mal Jedes Mal, wenn ich da def oder unten irgendwas mache Verrecke ich, weil ihr zu kacke seid Wo auch immer die hingerannt sind dann Nächstes Mal gehe ich den chilligen Weg Boah Ja, verreckt Ey, warum kriege ich jetzt nicht mal mehr Last Hits hin Das ist so unglaublich Nee, ich gehe jetzt nicht mehr Ich habe keinen Bock mehr Ihr seid doch da zu dritt am Tower Was wollt ihr mehr? Hier, guck mal, jetzt gebe ich dir einen Stun Oder auch nicht Jetzt gebe ich dir einen Stun Nein, auch nicht Alter, ihr seid ja zu dritt am Tower Boah, was macht ihr denn da? Ja, just luck of the draw Kein luck of the draw Wenn ich luck of the draw hätte Mann, 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 Double Kill hier Aber auch nur, weil die alle Scheintut sind Weil Mann hatte ich auch schon wieder nicht Na gut Ähm, ja Ich bin voll raus Seit dem Telefon Gibt's doch nicht Mann, Mann, Mann So, jetzt hier Aber ja, jetzt Rot, Blau, Gelb, Grün Ja, scheiße Habe ich die gleiche Farbe hier Ach, Mann, ich will Ja, ich hole mir jetzt Die letzten 220 Gold Für den Ohne die Großen Ich meine Eine Hose habe ich ja Ähm Und dann Ja, was soll ich denn machen Ich stelle da kein Wort Ich habe keine Wards Aber Madame Tante hier hat Wards Und, äh, placed sie Wie ein junger Gott Also das Wort Placement Wenn ich mir das angucke Respekt Mhm, mhm, mhm Mhm, mhm, mhm Ja, ich ist bewusst Dass ich eigentlich nur Eigentlich will ich ja nur So die Letzten 120 Gold farmen Aber wahrscheinlich Gehe ich gleich wieder drauf In Vulnerable Wie wäre es mal mit einer Gangpang Das wäre jetzt mal epic, oder? Gangpang? Wurde? Nein? Oh, man, already hast du Wenigstens, ja? Nicht, dass du irgendwie Auf die Idee kommst Echt nicht Echt nicht wahr Echt nicht wahr Ja, kein Gangplank Ultim, Ultim, Ultim Fein benutzt Die war die War die auf einmal Nicht mehr ready, ne? Kannst mir glauben, ne? So, 1600 Gold Ja, ich könnte jetzt natürlich Rilis zu Ende bauen Wenn ich mal das Gold habe Den Needless Large Ähm, dann baue ich den natürlich auch fertig Ähm, weil Das ist eigentlich eines der wichtigsten Items Ich muss das jetzt ein bisschen slower angehen Weil mein Farm halt Für'n Arsch war Aber hey Ich brauche irgendwann mal Boots Zweier Boots Wards würde ich auch gern mal haben Aber ey, bitte nicht zu viel Auf einmal verlangen Das könnte die Leute hier Aus dem Äh, aus dem Konzept bringen So, ein Rot Wing, wing, wing Just luck of the draw Just luck of the draw I'll fight Schöön Schöön Grim, die Musilte sehr Na gut, egal Double Kill vom Gangplaying, es hat gepasst War keine große Leistung von mir, aber ich war da Ich war dabei Jetzt zum Beispiel könnte man einen schönen Ulti machen Hoch zu Heimendinger gehen Aber was Heimendinger kann, können wir auch Da stehen wir ihm in nichts nach Und deswegen Machen wir jetzt hier voll ein Mit Turrets vielleicht Blumen Wie wär's denn mal, wenn ihr stehen bleibt Und die tötet und dann weiterlaufen Mann Egal Ich sag dazu nichts mehr Als Als ob der eine Mordekaiser uns tötet Weißt du Ja, ja, ja Jetzt drehst du um Du Haiupai Du Vollfassen Ich komm doch da eh nicht weg Mit meinen Einserboots Alter Alter Verwalter, ne Gucken, ob wir das Was wir hier noch raus machen Drei, vier, fünf Satz Also ganz ehrlich Boah Ich hör das Boah Nein Nein, meinet Ähm Hat irgendwer was von uns drauf in unserem Team Ja, na Wir sind alle kacke Wir einigen uns jetzt auf den Konsens Mh Während die auch Dragon ist gemacht Ward ist ja steht ja nicht Ward Baron steht ja auch nicht Was ein Port Was ein Port Da war der Der Ease Das war das Ease Schick, schick Schick, schick Knepplich, aber schick, schick Also knepplich nicht in dem Sinne von Knapp, sondern knepplich für Micke Dass ich überlebe Und wir haben keinen verloren Ähm Five for nothing ist gut Tower noch Ähm Zwei Tower sogar Würde ich sagen Das ist äh Gute Leistung Also Lee Sin hat sich da Way over extended Und ich find nicht mal einen Weg Irgendwie meine Aggression Gegen die Das Problem ist irgendwie In letzter Zeit Ja Der Telefonanruf Der kommt doch der Rage Die fehlt Da muss ich Der muss ich mir Pepe in die Würz B Ah, falscher Ding ist B B auf Ah gut Im Chat schreibe ich es auch mal Uh, was war das denn? Fliegt die gleich wahrscheinlich vorbei So, jetzt hab ich endlich mal ein bisschen 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 Items Die ich auch Fertig stellen kann Das Ding noch nicht Da brauch ich erst noch mal einen Stab für Aber hier mit Schuhen Das ist ja schon Ganz anderes Kaliber Da bin ich ja Kann ich ja mal nicht Überhaupt bin ich ja schon Also das ist ja fast Also 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 jetzt Na Mal so betrachtet Weißt du Mal schon mal auf die Karte gucken Karte ist richtig gezogen Okay Und die irgendwo nur rabbelt Tante Ah Wenn der mir den geklaut hätte Ja Ja Double Kill Plus Äh Noch Ein paar Assists Konnte ich mit Leben Was haben wir verloren? Ganky Blinky Jo Jo Also es läuft Doch Also Fate Fate Ist Early Game Nicht meins Ich krieg den Farm einfach nicht auf der Kante Late Game Mit 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 Geht's Mit Games Ähm Bin ich okay Ähm Late Game Werde ich dann wieder ein bisschen Mieser Habe ich zumindest beim letzten Game So die Erfahrung gemacht Könnte auch daran gelegen haben Dass ich so Leute hatte Wie Rambo Irelia Eins gegen vier Kein Problem für Rambo Irelia Da Chargen wir doch einfach mal rein Und schauen was passiert Die Gegner hatten Baron Buff Habe ich nicht erwähnt Ne Oh Ui Go Top Ja Wir holen jetzt Den Red Buff Bip 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 Ich muss erstmal die Karten Okay Bop So Ich hole mir jetzt erstmal Kurz Ah Den St Smart Gold Beräuchte ich noch 200 Gold Bräuchten Boah Okay 100 Gold brauchen wir Ach Leute Ich bin doch Verdammter Fate Mann Wenn ich will Ne Dann bin ich innerhalb von 6 Sekunden bei euch Wir Sind bei euch FFN Deal Oh nein Nein Ja Ja Die ist die richtige Ich pushe hier Ne Weil Ich kann auch Das war ein bisschen Bisschen Übereifrig von mir Aber ich überlebe Ich Lärlich Ah Ja Ich muss